Die heutige Folge beinhaltet etwas Werbung. Wenn du damit klarkommst, bleib dran, wenn nicht, naja, Ganze abschalten. Denn die Firma Wankyo hat sich bei mir gemeldet und hat mir ein Tablet angeboten. Kostet nicht so viel, packe ich in die Videobeschreibung. Ich will mir nämlich in Zukunft in der neuen Werkstatt eine Mediastation bauen. Das bedeutet, ich will da Videos schauen, Musik hören, Social Media mal ein bisschen abchecken. Und da habe ich mir gedacht, da muss nichts Teures hin, das reicht vollkommen aus. Und ich habe mir auch jetzt vor kurzem etwas aus Holz gebaut, also eine Schutzhülle, beziehungsweise ein Case, eine Schale, wie auch immer. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, wollt ihr das sehen oder nicht, stimmt mal am besten oben rechts ab, falls ihr das Video sehen wollt. Ihr schaut euch auf jeden Fall heute das Video an, und zwar die Ledertasche. Ich habe das zum ersten Mal gemacht, also ich habe das erste Mal Leder verarbeitet. Mein ganzes Werkzeug, was ich bestellt habe, ist jetzt noch nicht angekommen. Im Moment dauert halt die Lieferung ziemlich lange. Aber das, was ich da habe oder hatte, habe ich eingesetzt. Ist auch nicht schwer, schaut einfach zu. Viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.